Ich weiß, dass Chang'e da oben ist. Sie ist auf dem Mond in dieser Sekunde. Was in aller fällt? Nur du und ich, Bungie, wir sind die einzigen, die noch glauben wollen. Hi, ich bin Gobi und wie heißt du? Früher war ich ein Stressquassler und das ist, glaube ich, das Tolle an mir. Ich bin mir nämlich bewusst, dass ich ein Stressquassler bin. Mit wem würde ich nicht reden, wenn ich du wäre? Ich habe es, wenn was passiert. Fühl mich auf die Truppe, wie wunderbar. Ich bin verbracht, dein nächstes Sommer. Liebster Bungie, vor von hier. Chang'e, bald werd ich dich sehen, vor von hier. Baba, dann wirst du's auch sehen. Ich steig auf zu den Sternenraum. Ich weiß, dass ich diese Reise lohnt. Ich bin bald schon auf dem Mond. Seid mir herzlich willkommen. Ich bin ruhig. Ich bin ruhig. Ich weiß, das ist ein Zeig entsteht. Ich bin ruhig. Ich baste电. Bungie, wir werden allen beweisen, dass es sie gibt. Changa? Ich will das Geschenk! Hol mir dieses Geschenk. Und bring es nach Lunaria. Die Person zu verlieren, die man am allermeisten liebt, verändert einen. Ja. Ich möchte dich zurückbringen. Wir spielen nach Lunaria-Regeln. Bye-bye! Bye-bye!